Nicht jeder ist willkommen bei der Gender! Und äh, so, so, äh, die Ordner, also die Ordner hier von dieser Kundgebung wollen Fuck4Fulles ausschließen. Warum weiß kein Mensch? Ich möchte meine Sexualität expressen wie das. Ah, das soll doch nicht wahr sein. Ich weiß nicht, die meinen, das wäre eine übergriffige Scheiße. Einen, die wissen wir noch gar nicht, äh, haben Lumpur, Lumpur gehört, weißt du? Ja, ne, 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 das hier öffentlich. Wir sind ja auf einer öffentlichen Veranstaltung und hier wird öffentlich hier irgendwie gegen Fuck4Fulles gemacht, getisst. Das geht gar nicht, das geht gar nicht, ehrlich nicht. Das geht überhaupt nicht. Wo sind wir denn hier? Sind wir hier in Berlin oder wo sind wir? In München oder wo? Nein, es geht darum, dass sich einfach Leute, damit ungemütlich fühlen, weil halt für manche Leute es genauso sexistisch ist wie andere Polen. Ja, ja, und für manche Leute ist es sexistisch, wenn man so rumläuft. Und dagegen, dagegen, für dich nicht, also dagegen, das geht gar nicht. Es gibt Frauen, die sind hier und würden hier gerne teilnehmen und die fühlen sich damit halt unwohl. Ja, dann fühlen sie sich unwohl. Also deswegen gehen wir da auf die Straße, weil Leute aufgegrenzt werden, weil sich andere unwohl fühlen, wenn man so umläuft. Ja, ja, aber da... Was heißt die, dass ich bin eine Sluts? Also lass mich doch mal ausreden. Das ist halt auch so ein Respekting. Ähm, es geht halt darum, dass andere Frauen sich damit auch unwohl fühlen und sie das wieder haben. Dadurch halt auch ausgehend sind, die ihnen die Möglichkeit nehmen. Und ich finde irgendwie, dass es die Möglichkeit ist, wirklich aufeinander zu nehmen und halt zu sagen, okay, hey, ich bin irgendwie für Fuck-for-Foreys, aber wenn sich andere Leute damit unwohl fühlen, dann kann ich halt mein Schild auch mal kurz runternehmen, so. Nee. Das heißt also, wieso fühlen sich denn Leute... Ich habe mich damit unwohl. Ja, dann sollen sie weggucken. Wir brauchen einen Schild gucken. Ja, ja, aber was ist das denn für... Na klar, das ist genau so, wie sollen wir sagen, ihr laufen hier rum. Du gehst nicht demonstrieren dafür, dass Leute nicht mehr weggucken und sagst, andere Leute sollen weggucken. Was ist das denn? Hä? Wir gehen ja demonstrieren, dass man sich express... Ja, genau. Und wenn man das macht, dann soll man da weggucken. Weil sie irgendwie hier sein wollen und sich damit unwohl fühlen. Was ist das denn für so? Ja, ja, da hängst du jetzt ein, halt. Das ist völliger Schwachsinn, ehrlich gesagt. Echt krass. Ja, das ist echt krass. Du bist echt krass, ja. Ja, ich dokumentiere das, weil ich finde das interessant, dass auf so einer Demo Leute ausgegrenzt werden. Nein, es gibt... Ja, nee, das finde ich echt... Natürlich wird das ausgegrenzt. Mir hat gesagt, Leute dürft ihr nicht drehen. Nein, das ist so krass und du hörst halt auch einfach gar nicht zu. Doch, ich hab... Doch, doch, doch. Ich hab schon zugehört. Schön. Okay. Ich hab' gesagt, es gibt keinen Gewalt! Keine Gewalt! Keine Gewalt! Wo ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Aber sie stören ja jetzt auch nicht über die Regierung. Sie wird jetzt hier nicht erwünscht. Das ist Liberation heute. Die Menschen beurteilen. Es ist ein doppel Paradox, ein doppel Moral. Ja, ein doppel Moral. Let all die liebenden dieser Welt frei. Let all die liebenden Menschen expressen, wie sie wollen. Let all die liebenden frei. Nobody can own each other. Nobody can stop each other. Who are you to judge or decide? Love for everybody! Yeah!